willkommen zurück zu einer weiteren folge da drüben läuft das fisch scheiße da stampft darum fuk ich muss genau dahin wo der ist ich muss mir mal den sein laufweg angucken wie der läuft man hat nicht viel zeit das ist scheiße aber da ist auch irgendwas er hat mich doch gar nicht gesehen ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nee, der ist nicht hierher gekommen Für was ist diese dreckige Mülltonne? Da kann ich nicht hin Ich muss dort lang Aber wie? Ja, ich muss hierher kommen Ah, ok Ich muss hierher kommen Ich bin drin Ich bin drin Hey! You don't I'm right on your tail Hey! Okay Alter... Ich müsste weniger Schreckmoment haben Und dann... Ich muss hierher kommen 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 so und jetzt da liegt was davor da 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 Es ist nicht so einfach. Joachim! Das News ist fast, dass wir einen Sparer finden müssen. Das war es so. Finde eine Sicherung. Wo soll ich hier bitteschön eine Sicherung finden? Na. alles zu wenig von hier gekommen ja na klar was ist wenn ich hier weitergehe was ist wenn ich hier weitergehe ah ok also ich muss hier unten lang das heißt dort muss irgendwo eine sicherung sein das ist zu hmm Oh, okay. Wir nehmen die mit. So. Eh. Let's get out of here. Das war laut. Das war sehr laut. Aber, äh, da war doch noch fahrstuhltechnisch irgendwas. Naja, ne, wir gehen hier raus. Sieht sich direkt dabei. Was? Ach, da sind wir ja wieder. Da sind wir ja wieder. Hä? Hallo? Ah. Und einmal zu, bitte. Keine Lust, dass hinter mir irgendwas auftaucht. 42. 44, 43. 45, 46. 42. 42. 40. Hier ist wieder ein Loch. Scheiße, was tue ich hier bloß? Scheiße, Alter. Scheiße, Alter. Oh, mein Gott. Hier geht's einfach mal nicht weiter. Also zurück. Oh, nee, das bedeutet nicht gutes. Ist immer so, irgendwo, wenn Licht flaggert oder ausgeht, bedeutet das nichts Gutes. Hier geht's einfach mal nicht weiter. Ah. 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 Das ist wieder so eine Mundmaske. Ja. Ah. Ja. Hm. Tiergewebe. Aber hey! Möpse! Der einzige, der versteht. Der einzige, der zäuner. Er hat mich gesehen, was ich fehlt, was ich muss. Aber was er fragt? Am ich stark genug? Natürlich bin ich. Das ist der Schwung, Viktor, wieder zu sprechen. Enough talk. Ugly, human words hurt my throat. I can barely get them out anymore. It's time to act. Splicers, haven't we invented enough ways to screw us up? So. Der da unten auf dem Zeitungsartikel, das ist doch, den gibt's doch wirklich. Natürlich. Das ist doch, ähm, Russe oder so, keine Ahnung. Der ist wirklich am ganzen Körper super hart. Der sieht wirklich aus wie der Wolf, also... Ach nee, bitte nicht der Kopf von meinem Sohn. Nein. Oh, Gott. Nein. Das kann nicht passieren. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Dad? Was? Was? Dad? Are you there? Who kind of a sick game is this? Dad, I'm still alive. The head. Don't connect to it. Adam? Adam, you... Nicht verbinden... Was? Okay, er hat gesagt, nicht verbinden. Was... Ich bin auch... Dass. Peter. Ah... Wenn du... Ja. Oh, dann... Wenn du das vor Morten... Dann... Dann... Er hat gesagt, nicht verbinden. Also machen wir das auch nicht. Dann machen wir das auch nicht. Okay. Ah! Okay. Ah! 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 Lass mich in Ruhe. Och ne. Nein. Pessoalas?! 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 Geschw VM ne, 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 n-n-n... da ganz schnell boah alter bis weiter geht auf hama im nächsten video bis dahin bleibt gespannt genieße tag und bye bye